Hallo Leute und herzlich willkommen in einem neuen Video. Ich stehe schon schön neben Tannenbaum. Ich möchte euch noch eine schöne Weihnacht und ein gutes neues Jahr wünschen. Von mir persönlich. Ich hoffe sie feiert schön. Ich möchte nicht anders sagen als... Also ich muss etwas zeigen. Das betrifft eigentlich alle. Ich bin gerade am Spielen herunterladen. Hier. Nach 6 Stunden. Hier. Ja egal. Auf jeden Fall. Schöne Weihnachten. Gutes neues Jahr. Feiert schön. Und... Ciao. Ciao. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir schauen mal in, Untertitelung des ZDF, 2020